Oh 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 Cause I, I now, I'm falling for love, I now, I'm falling for love, I now, I'm falling for you Yo, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Es ist Dienstag und ich... Styles. Er kann einfach nicht ohne mich. Naja, und ich sitze gerade im Büro. Fabios Mama ist noch da und wir haben gerade zusammen gefrühstückt. Ich habe heute auch schon Sport gemacht. Ich bin sehr stolz, dass ich Sport mache, obwohl Besuch da ist und so weiter. Das ist eigentlich immer so ein guter Grund zu sagen, ach, ja, Besuch, komm, ich lass es. Aber nein, ich ziehe es durch und ich werde auch ab nächste Woche nochmal die Stoffwechselkur machen. Ich habe mir das vorgenommen, weil ich einfach wieder ein paar Kilos zugenommen habe durch meine Insulinresistenz. Das wird nämlich festgestellt, dass ich da eine habe. Und ja, das ist so. Aber da ich weiß, dass ich mit der Kur gut abnehmen kann und werde, möchte ich die gerne nochmal machen. Und ich habe da ja auch eine Facebook-Gruppe zu. Also wenn ihr irgendwie an dem Thema interessiert seid oder auch mal eine Kur machen wollt oder, 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 kommt gerne in die Gruppe rein. Der Link ist in der Infobox, also wenn ihr euch dafür interessiert. Und genau, ich plane jetzt ab Montag mit der Kur zu starten. Ja, und ansonsten, ich bin jetzt im Büro, werde jetzt schon mal ein bisschen schneiden, weil Fabios Mama möchte gerne einen Film gucken. Und ja, sonst hätte ich das morgen gemacht. Ich habe mir nämlich so ein bisschen freigehalten, dass ich auch Zeit habe für sie, wenn sie das machen möchte. Aber dass ich in fünf gucken möchte, meinte sie, du kannst ruhig arbeiten gehen. Und so, okay, dann mache ich das jetzt ohne die Arbeiten. Deswegen bin ich jetzt hier im Büro, haue mich an den PC, werde ein bisschen arbeiten. Und später, wenn Fabio nach Hause kommt, gehen wir alle nochmal zusammen in die Stadt, weil der hat heute ein bisschen früher Feiern. Also nicht erst irgendwann abends. Von daher passt das. Dann werden wir auch zusammen. Essen gehen. Jo. Irgendwas wollte ich euch auch noch erzählen, aber das habe ich jetzt vergessen. Natürlich. Ja. Also. Ich werde jetzt nämlich ein neues Intro schneiden für Februar. Und ich glaube, ich mache das ein bisschen anders. Und zwar, dass ich nur diesmal Einblicke aus Amerika mit reinnehme. Wenn nicht jetzt, wann dann? Ich glaube, das mache ich. Intro ist ready. Ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagen werdet. Und ich werde mich jetzt anziehen, denn gleich müsste Fabio nach Hause kommen und dann geht es auf Binnen die Stadt. Und ich will einfach nur, dass das Herbst weg ist. Aber ich creme es schon die ganze Zeit fleißig ein. Ich weiß nicht, ob es was bringt, aber let's do this for, keine Ahnung, eventuelle Heilung. Hast du gelesen? Ja. Du bist Bucher. Du bist Bucher. Bucher. Hallo. 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 Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Was ganz Neues. Was ganz Neues. Shoppen. Shoppen. Und wo gehen wir gleich essen? Das ist viel wichtiger. Wo? 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 Geht doch. Mein Gott, kannst du das einfach reden? Ne, kann ich. Da steht dein Name. Vanessa. Das ist mein Laden. Das ist mein Laden. Vanessa Laden. Das ist ein Bad Hair Day. Ja, guck mal. Voll die Scheiße. Kannst du es probieren? Du musst alles vortesten für mich. Man sieht gar nicht, wie krass das leuchtet. Kann ich damit rumlaufen? Passt das? Ey, warum ist man das nicht so? Guck mal, wie bleich das in der... Das ist mint in der Kamera. Tatsächlich. Das ist Todesneon. Ja, ist so. Das muss ich Fabio zeigen. Gin Tonic Schokolade. Hey. Ne, Fabio, so eine Jacke, die er letztens sich hier... Ich hab was für dich. Schokolade? Ja. Gin Tonic Schokolade. Echt jetzt? Ja. Na, kauf mir. Was kostet das? Weiß nicht. Das war 3 Euro? Ja, genau. Okay. Guck mal. Ich dachte, ich gucke nicht richtig. Gin Tonic Schokolade. Ich bin doch... Wenn ich doch... Trinken und ich trink echt sehr selten, aber wenn, dann Gin Tonic. Ja, ne? Oh, was? Ich würde sagen, bald erstrahlt das Gästezimmer in neuem Glanz. Und meine Farbe. Komm mir irgendwie bekannt vor, dieses Bild. In der Burger Boy. Ja, der Burgerlieferant. Das ist dein. Ja, ich habe einfach sieben Burger. Warum sind deine Pommes so schwarz? Das sind Süßkartoffel-Pommes, Mama. Lass mal eine probieren. Die sind für uns alle. Also alle Pommes. Für alle. Oh, geil. So. Ich zeige euch mal ganz kurz meinen Einkauf. Aber in Action seht ihr das erst die nächsten Tage. Weil jetzt ist ja schläft Fabios Mama ja im Gästezimmer. Und dann kann ich jetzt nicht das Sofa dekorieren. Also ich habe mir Kissengold, weil ich finde dieses Senfgelb so schön. Und ich habe mir überlegt, das Gästezimmer halt ein bisschen so zu gestalten. Da habe ich zwei von denen. Und zwei von denen, die passen sehr gut zusammen. Dann ja, hier sind nochmal die anderen beiden drin. Dann habe ich so einen Überwurf. Auch in derselben Farbe für das Sofa. Dann habe ich noch mal gucken für was. Für vielleicht Gewinnspiele oder für den Hintergrund oder so. So eine Tafel, wo man so mit Buchstaben halt so drauf schreiben kann. Dann haben wir noch zwei Kissenbezüge geholt. So ähm schlichte. Weil wir haben Primark Bettwäsche und die Kissenbezüge dafür sind immer so rechteckig. Bin ich Fabio? Äh, oben glaube ich. Nicht im Bad, oder? Komm so hin. Fabio? Ja. Bisschen im Bad? Ja. Ähm, genau. Aber wenn wir jetzt andere Bettwäsche drauf haben, wir haben uns dann extra Kissen dafür gekauft, wie sie so rechteckig sind. Sprich, wir haben 80-80 Kissen und die rechteckigen. Und wenn wir da jetzt Bettwäsche drauf haben, wo wir normale Kissenbezüge haben, also diese 80-80, haben wir die anderen halt in der Ecke stehen. Dann dachte ich, ich hole einfach so Schlichte, die man dann trotzdem einfach so da drauf tun kann. Hä? Und was ist jetzt der Rest? Also was heißt der Rest? Ach, hier ist noch die Schokolade. Die muss Fabio gleich unbedingt mal probieren. Das braucht, glaube ich. Ja, das war's. Auf jeden Fall dekoriert dann das Gästezimmer ein bisschen um. Ähm, okay. Und ich hoffe, dass wir jetzt noch ein bisschen spielen. Kleiner Stänker. So hast du mich großgezogen. Oder klein gezogen. Klein gezogen. Klein gedrückt. Klein gedrückt. Warum guckst du mich jetzt so böse an? Weil du frech bist. Du bist frech. Nein, ich bin nicht. Oh. Oh oh. Mein Gott, ich will die Verpackung nicht kaputt machen. Warum nicht? Sieht cool aus. Hm. So, da ist er. So, wow. Der haben sie sich echt Mühe gegeben beim Design. Ja, ich hab mir gestern auch so eine Tafel Schokolade geholt. Die war lecker. Jetzt bin ich mal gespannt, wie so eine Primark Schokolade schmeckt. Also die, die ich gestern hatte, war lecker. Ich hab mir eine weiße geholt. Hallo. Hallo. Hat keine Nährwerte drauf? Hat keine Nährwerte. Oh, das ist so eine Zutatenliste. Ja, okay. Muss man doch in Deutschland, oder? Ja, muss man. Aber man kann das, da gibt es so verschiedene Formen. Das kann man auch in so einer Art Zutatenliste machen. Aber da muss eine Mengenangabe dann dahinter stehen. Ja. Haben wir es jetzt eventuell mal. Warum riecht das nach Gin? Das riecht wie so Gelee-Schokolade. Kennst du das? Riecht man. Hab ich recht? Bah. Ihh. Bah. Nee, das stinkt abartig. Uäh. Nein, stinkt gut. Lass mal deine Mama riechen. Woran? An der Schokolade. An meiner Gelee-Banane. Ich hab grad gerorgen. Nee. Riech mal. Und? Hast du gerorgen? Und? Naja. Riecht scheiße, ne? Würde ich nicht reinbeißen. Ich auch nicht. Boah, das war spitz. Pff. Aber. Oh. Schmeckt nicht so wie es riecht. Probier. Wiener ein Stück. Ist okay. Na? Nicht so geil. Hm? Nicht so geil. Fertig mit Essen? Nee, schmeckt mir nicht. Okay. Okay, spielen wir jetzt. Na, ich schwimme es wieder alleine. Gut. Tschüss. Wenn du wirklich jede einzelne Figur bewegen darfst, und zwar du hast vier Züge frei, Sprich, du könntest ja auch einfach mit... Mich selber? Du könntest vier mal dich selber bewegen. Du könntest aber zum Beispiel auch, wenn ich zum Beispiel hier stehe. Kann ich dich da weg bewegen? Genau. Du könntest zum Beispiel jetzt sagen, boah, weißt du was, bevor der hier reinrutscht, eins, zwei, drei, ne, gibst du mir vier. Hokus, Blokus, Fidibus. Fidibus. Geh dich vor mein Stein. Hm. Mach ich das? Mach ich das nicht? Ich mach das mal noch nicht. Okay. So, wir haben noch eine Weile gespielt. Und jetzt geht es ins Bett. Oh, dunkel. Also bis morgen.